Hallo, mein Name ist Antoine Mono Junior und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, Renate, warum ich hier stehe mit der Eiswanne. Okay, nochmal, das ist die ALS Eisbacke Challenge, ist für einen guten Zweck. Ist das nicht so eine billige PR-Masche? Quatsch, die Social Media Community soll glauben, dass du ein Mensch bist, der ein soziales Gewissen hat. Ja, aber ich hab doch umsonst... Ja, Hauptsache ist, du machst es jetzt endlich, sonst ist nämlich Herbst und der ganze Hype ist schon wieder vorbei. Sogar die Tussi, die mich an der Käsetheke bedient hat, hat er schon mitgemacht. Hallo, mein Name ist Antoine Mono Junior und ich wurde von Gwyneth Paltrow zur ALS Eisbacke Challenge herausgefordert. Ich selbst nominiere Gündula Gause, Syriens Diktator Bashar al-Assad und Mario Barth. Was soll das denn jetzt? Du musst das über deinen Kopf gießen. Was? Du musst dir die Wand über den Kopf gießen, das ist die Challenge. Was spinnst du? Hast du eine Ahnung, wie scheiße kalt das ist? Ich kann nix dafür, so geht das. Musst du doch mitbekommen haben. Okay, dann halt einfach drauf. Hallo, mein Name ist Antoine Mono Junior und Kevin Korani hat mich zur ALS Eisbacke Challenge herausgefordert und das hier gieße ich mir jetzt über den Kopf. Oh fuck! Fuck! Hallo, mein Name ist Antoine Mono Junior und ich wurde von Will Ferrell zur ADHS Eisbacke Challenge... Was ist? Hallo, mein Name ist Antoine Mono Junior und ich wurde von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zur ALS Eisbacke Challenge herausgefordert und da das Ganze für einen guten Zweck ist, bin ich selbstverständlich mit dabei. Ich nominiere unseren Bundespräsidenten Joachim Gauck und Profikoch... Was machst du da? Ich zieh mich aus. Das ist Eiswasser, Renate. Ich hol mir doch eine Blasenentzündung, wenn ich in den nassen Klamotten rumstehe. Hallo, mein Name ist Antoine Mono Junior und ich wurde nominiert von Tony Marshall zur ALS Eisbacke Challenge. Und natürlich gebe ich die Challenge gleich weiter an Kofi Annan, Peter Harz und Clint Eastwood. Oh scheiße! Das Wasser ist jetzt total warm geworden. Ist doch scheißegal, das sieht doch keiner. Was? Das ist nicht scheißegal, das geht hier um eine gute Sache. Ja? Das wird nicht beschissen! Hallo, mein Name ist Antoine Mono Junior und ich wurde von Markus Majowski zur ALS Eisbacke Challenge... Sag mal, was heißt denn das eigentlich? ALS? Amorphe, Lactat, schlag mich tot. Ja, aber das könnte ja irgendwas bedeuten, oder? Ne Neonazi-Vereinigung oder ne Anti-Lutcher-Society. Ich liebe Lutcher. Okay, das war gut. Ich weiß Bescheid. Hi, ich bin Antoine Mono Junior und die Tussi von Renates Käsetheke hat mich zur ALS Eisbacke Challenge eingelassen... Scheiße, ich glaube der Akku ist gleich... ... ... ...